Der Bundesgerichtshof hat heute endlich unsere Facebook-Datenleckfälle verhandelt. Und so viel kann ich euch verraten, es ist ganz gut ausgegangen, denn der Bundesgerichtshof hat sich klar auf die Seite der Verbraucher gestellt. Er hat gesagt, alleine weil ihr die Kontrolle über eure Daten verloren habt, habt ihr schon einen Schadenersatzanspruch. Das war unter vielen deutschen Gerichten bislang umstritten. Und wenn der BGH da jetzt ein Machtwort spricht, naja, dann können wir alle lächeln. So wie ich hier gelächelt habe vor ein paar Stunden, denn ich komme gerade vom BGH. Ich habe mich also sehr gefreut, was da entschieden worden ist. Ich möchte euch in diesem Video top aktuell einen Bericht aus der 90-minütigen Verhandlung in Karlsruhe geben. Ich habe also nicht in einer Verkleidung hier 11.11. gefeiert, sondern das ist meine Arbeitskleidung beim Bundesgerichtshof. Und ich sage euch auch ganz konkret, was bedeutet dieses Urteil für euch? Wie könnt ihr euch jetzt noch anschließen? Es kann ja sein, dass die Ansprüche am 31.12. verjähren. Wir haben auch eine Lösung für alle, die keine Rechtsschutzversicherung haben. Also das Video hier ist pickepacke voll mit wichtigen Informationen. Seit Jahren nerve ich euch. Ich weiß es mit dem Facebook-Datenleck. Ich habe auch Schelte bekommen. Aber jetzt haben wir uns durchgesetzt. Also hört mal rein. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln. Und ich danke euch dafür, dass ihr diesem Kanal so treu seid. Eine Million Leute haben ihn mittlerweile abonniert. Und die meisten von euch werden das Thema Facebook-Datenleck hier schon mal gehört haben und genervt davon sein. Das weiß ich. Und viele haben immer gesagt, ja, ich habe mit dem Solmecke geklagt. Dann hat er in erster Instanz für mich verloren. Was ist das für ein Loser? Und ich habe immer gesagt, naja, Leute, manchmal ist das eben so. Man muss weitergehen. Wir müssen kämpfen. Wir müssen auch zum Oberlandesgericht. Wir müssen auch zum Bundesgerichtshof. Und heute war es dann soweit. Wir waren beim Bundesgerichtshof. Und was soll ich euch sagen? Es sieht verdammt gut aus. Denn der BGH hat gesagt, ja, Schadenersatz, den gibt es für euch. Das hatten uns jetzt in letzter Zeit leider viel zu viele Gerichte anders gesehen in Deutschland. Und deswegen haben wir gesagt, das lassen wir uns nicht bieten. Ich bin froh, dass ich jemanden gefunden habe, der mit mir zum BGH gegangen ist und gesagt hat, yo, Solmecke, ich will es auch wissen. Zieh es bitte für mich durch. Haben wir gemacht. Für alle, die es nicht mehr genau wissen, Facebook-Datenleck aus dem Jahr 2021. Da ist das öffentlich geworden. Eine halbe Milliarde Menschen weltweit sind betroffen. Sechs Millionen in Deutschland. Telefonnummern, teilweise Geburtsdaten, E-Mail-Adressen, persönliche Angaben wie Beziehungsstatus sind im Internet gelandet, im Darknet. Wir vertreten zehntausende Nutzer. Wir wollen Schadenersatz. Wir wollen Feststellung, dass künftige Schäden ersetzt werden müssen. Wir wollen Auskunftsanspruch. Wir wollen, dass Facebook gewisses Verhalten unterlässt. Und das alles gedeckt von der Datenschutz-Grundverordnung. Ja, und wir haben schon über 4000 Klagen gegen Meta, also dem Mutterkonzern von Facebook, geltend gemacht. Jetzt war es allerdings zuletzt so, das muss ich ganz offen zugeben, dass die Gerichte in Deutschland immer zaghafter wurden. Unter anderem das Oberlandesgericht Köln hat gesagt, naja, einfach nur, weil jemand einen Kontrollverlust über seine Daten hat. Das ist doch noch kein Schaden. Ich persönlich musste mir von der Vorsitzenden Richterin am Oberlandesgericht Köln sagen lassen, Herr Solmecke, Ihre Handynummer ist im Internet. Was heißt das denn schon? Handynummer im Internet, so schlimm ist das auch nicht. Ich hatte früher meine Telefonnummer im Telefonbuch stehen. Ich habe ihr dann versucht klarzumachen, dass es ein Riesenunterschied ist. Eine Telefonnummer von früher im Telefonbuch und eine Handynummer, mit der man Verifikationen durchführen können, SMS bekommen kann und Pintanverfahren und was weiß ich. Ihr wisst, wie wichtig und heilig euch eure Handynummer ist. Ich konnte am OLG Köln nicht durchdringen, deswegen sind wir weiter marschiert, jetzt zum Bundesgerichtshof. Denn in erster Instanz hat unser Mandant immerhin vom Landgericht Bonn 250 Euro bekommen. Und OLG Köln sagt, da ist alles nichts dran, es gibt gar nichts. So ist das manchmal. Und ich habe auch von anderen Gerichten eine Klatsche bekommen, aber das wird sich jetzt ändern, das zeige ich euch gleich. Und es gibt noch eine ganz große Besonderheit, das ist auch gleichzeitig das erste Leitentscheidungsverfahren in Deutschland geworden. Das heißt, der BGH hat hier eine besondere Wichtigkeit der Sache erkannt und wird da eine Entscheidung treffen, was das genau bedeutet, zeige ich euch gleich. Vielleicht noch für euch der kleine Hinweis, das bedeutet, die Chancen, dass ihr jetzt Geld bekommt, sind umso mehr gestiegen. Wer sich da jetzt anschließen will, wir haben auch eine Lösung für alle, die keine Rechtsschutzversicherung haben. Das Einzige, was ihr tun müsst, ihr müsst mal eben checken, ob ihr betroffen seid. Also hier Mobilfunknummer eingeben, checken, ob ihr betroffen seid. Und wenn ihr dann keine Rechtsschutzversicherung angebt hinten nach dem Check, ja, wenn ihr erstmal betroffen seid, keine Rechtsschutzversicherung habt, dann lenken wir euch zu Anspruch direkt unserem Partner, mit dem wir das zusammen machen. Und die kaufen euch direkt, instantly eure Ansprüche ab. Ihr kommt also auf so ein Formular von Anspruch direkt hier oben in Kooperation mit WBS Legal. Und dann könnt ihr jetzt noch eure Ansprüche verkaufen. Es ist ganz besonders wichtig, dass ihr das relativ zügig macht, denn, ja, da verjähren die Ansprüche. Also, nachdem wir beim Landgericht Bonn noch einigermaßen Recht bekommen haben, die haben gesagt, ja, 250 Euro. Es gibt nicht die Tausende Euro, wie wir bei manchen Gerichten bekommen haben, aber immerhin 250 Euro. Okay. Fanden wir jetzt auch nicht so cool, dass es nur 250 Euro waren, sind wir weitergegangen. Sind wir unter anderem zum Oberlandesgericht Köln gegangen. Wir sind an allen Gerichten Deutschlands, unter anderem auch beim Oberlandesgericht Köln. Oberlandesgericht Köln hat dann gesagt, nö. Seine Handynummer, die gibt man ja sowieso allen möglichen Leuten, damit ist ja schon die Kontrolle quasi verloren. So eine Argumentation, die es da gibt. Deswegen ist schon gar kein Schaden entstanden. Wir brauchen uns auch gar nicht über Facebooks Fehler Gedanken machen. Wahrscheinlich haben die Fehler gemacht. Wir brauchen uns keine weiteren Fehler, brauchen wir nicht diskutieren, denn es ist gar kein Schaden entstanden. Und eine Handynummer im Internet. Und ja, damit waren wir heute beim BGH und der sagt, nee, nee, liebes Oberlandesgericht Köln, so kann man das nicht sehen. In der mündlichen Warnung hat er gesagt, ja, es gibt ja etliche Urteile des Europäischen Gerichtshofs, unter anderem vom 4. Oktober. Da ist ganz klar gesagt worden, der reine Kontrollverlust, dass man den Verlust über seine Daten, die Kontrolle verloren hat, dass man die Kontrolle über seine Daten verloren hat, der reicht komplett aus, um einen sogenannten immateriellen Schadenersatzanspruch zu begründen. Wenn dann noch Ärger und Befürchtungen hinzukommen, ja, dann erhöht das den Schadenersatzanspruch. Oder wenn man keinen Kontrollverlust hat, aber Ärger und Befürchtungen, dass man jetzt gehackt wird, kann das auch einen Schadenersatzanspruch begründen. Aber wenn man sogar beides hat, weil da gibt es noch mehr Geld, das kam heute dann ganz klar raus. Und es ist auch kein Wunder, denn wenn man sich in die, das sagte der Vorsitzende Richter heute auch beim Bundesgerichtshof, wenn man sich in die Erwägungsgründe, also die Gründe der Politiker anschaut, die die Datenschutzgrundforderungen damals gemacht haben, gibt es den Erwägungsgrund 85. Und da sagten die Politiker damals, dass ein Schaden sein kann, ein immaterielles Schaden kann nach sich ziehen, der Verlust der Kontrolle über die personenbezogenen Daten. Ja, sagt heute der Bundesgerichtshof, steht doch drin. Das haben die Politiker sich ganz genau so gedacht. Wenn man einen Verlust der Kontrolle hat, ist das ein immaterieller Schaden. Und außerdem sagte heute der Vorsitzende des Bundesgerichtshofs, guckt doch mal rein in das Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 4. Oktober. Da steht in Randnummer 145, insbesondere geht aus dem Satz 85 des Erwägungsgrundes der Datenschutzgrundforderungen, habe ich euch gerade vorgelesen, hervor, was Schäden sein können, die entstehen können. Dass der Begriff des Schadens, insbesondere auch der bloße Verlust der Kontrolle über die eigenen Daten im Folge eines Verstoßes gegen die DSGVO schon den Schaden begründen kann. Selbst wenn konkret keine missbräuchliche Verwendung der betroffenen Daten zum Nachteil einer Person erfolgt sein sollte. Das heißt also, nur weil eure Daten im Netz sind, gibt es schon einen Schadenersatzanspruch. Das ist heute nochmal sowas von deutlich gesagt worden, dass da jetzt auch wirklich kein einziges Gericht in Deutschland sich mehr gegen wehren kann. Kontrollverlust gleich Schaden. Wenn dann noch Befürchtungen, Ängste und so weiter hinzukommen, ok, dann können die einen eigenen Schaden auch begründen, wenn es keinen Kontrollverlust gab oder sie vergrößern den Gesamtschaden. Das ist heute auch ganz klar gesagt worden. Was auch für uns sehr spannend war, wir haben immer gesagt, wir müssen auch feststellen, dass Facebook jetzt schon verpflichtet wird, alle Schäden euch zu bezahlen, die künftig deswegen entstehen, weil eure Daten im Netz so rumschwirren. Und dann haben die Gerichte auch gesagt, ah, ist doch noch völlig ungreifbar, was da künftig mal passieren kann. Nee, sagt heute auch der Bundesgerichtshof. Auch das ist sehr greifbar, dass damit später mal Mist passieren kann. Und wenn damit Mist passiert, dann ist Facebook dafür verantwortlich. Das muss natürlich noch kausal hergeleitet werden, das ist klar. Aber dann sind die dafür verantwortlich und müssen schon jetzt entsprechend verurteilt werden, die künftigen Schäden dann zu erstatten. Es ist so, dass der Bundesgerichtshof noch einen Entscheidungstermin verkünden wird. Es gab also heute noch kein Urteil. Das wird ein dickes Ding werden. Was aber auch interessant ist, mancher hat ein Gerätsel, der wird es doch bestimmt dem Europäischen Gerichtshof nochmal vorlegen, damit der sich mit den Sachen auseinandersetzt. Pustekuchen. Auch da sagt ja der Vorsitzende Richter heute, nö, es ist alles vom Europäischen Gerichtshof mittlerweile gesagt worden. Der hat uns gesagt, der Kontrollverlust ist ein Schaden. Die haben sogar gesagt, ein Unterlassungsanspruch, dass Facebook den Mist nicht nochmal macht. Ja, den gibt es aus dem Vertrag, den man mit Facebook geschlossen hat, aus dem Nutzervertrag. Auch das haben einige Gerichte in Deutschland so nicht gesehen. Also wirklich muss ich sagen, so eine positive Resonanz von unserem höchsten deutschen Zivilgericht in Karlsruhe habe ich selten gehört. Und jetzt wird Folgendes passieren. Der Bundesgerichtshof wird in seinem Urteil das ganze Verfahren zurückverweisen. Warum wird er das tun? Weil das Oberlandesgericht zuletzt offengelassen hat, Oberlandesdienst Köln, ob Facebook überhaupt einen Fehler gemacht hat. Ja, und da habe ich allerdings nicht ganz so viel Sorge, dass sie da künftig uns den Fehler bescheinigen werden beim Oberlandesgericht Köln. Denn in einem Urteil des OEG Köln sagten sie schon mal dieses hier, der Beklagten, also Meta dürfte darüber hinaus auch Verstöße gegen Artikel 5, 25 und 32 DSGVO vorzuwerfen sein. Das heißt, selbst OEG Köln sagte schon, naja, Mist gebaut hat Meta schon. Die sagten dann ja nur, es gab ja keinen Schaden. Und deswegen haben sie eben gesagt, brauchen wir uns jetzt über den Mist, den Facebook gemacht hat, gar nicht weiter unterhalten. Und das Ganze liegt auf einer Linie unserer gewonnenen Facebook-Verfahren, die ich euch hier zeigen will. Und zwar, wir haben hunderte Urteile zu euren Gunsten erstritten. Ihr seht also hier, was es da so gab. Hier mal 250 Euro, 250 Euro, mal nur 100 Euro, 200 Euro, 250, 250, 250. Okay, kann man sagen. Ist ein bisschen wenig. Hier mal 500 Euro. Also ihr seht, es geht bunt gemischt. Man weiß nicht ganz genau, was man bekommt. Was komisch ist, weil eigentlich ist es immer die gleiche Kiste. 750 Lübeck, 500 Hamburg, 250, 750, 750, 750, 750. Also 500, 500, 1000, 250, 250. Also ihr seht, bunt gemischt, was hier rausgekommen ist. Alles zwischen 50 Euro und 1000 Euro waren drin. Denn der Bundesgerichtshof hat heute nochmal gesagt, was klar ist, es ist nicht so, dass wir jetzt in einen Bereich kommen, dass der Schadensersatz so hoch ist, dass er wie eine Sanktion oder eine Strafe wirkt. Nee, es soll einfach nur der Schaden kompensiert werden, der euch entstanden ist. Und dann muss eben das Oberlandesgericht Köln jetzt sagen, wie hoch der Schaden korrekt ist. Ich hoffe, dass der BGH uns in seinem Urteil so ein paar Hinweise dazu geben wird, wie der Schaden zu berechnen ist. Ich kann eins sagen, der Europäische Gerichtshof, der hat uns schon Hinweise dazu gegeben. Der hat nämlich gesagt, die Schadensersatzberechnung, die ist so vorzunehmen, wie wenn euer Körper verletzt worden wäre. Ja, und da haben wir sogar einige tausend Euro, die da teilweise bei Körperverletzungen rausgekommen sind. Also insofern sind wir da erst einmal optimistisch, dass wir mit unseren tausend Euro nach wie vor gar nicht so falsch liegen. Ich sage aber auch nur, dass ich optimistisch bin. Ihr seht ja, wie das ausgegangen ist in der Vergangenheit. Bei Jura ist nix 100 Prozent. Ja, und manche Leute haben auf mich geschimpft, haben gesagt, du hast ja bei mir verloren, Christian, was ist denn das für eine Scheiße? Oder haben gesagt, du treibst uns doch nur in die teure Rechtsschutzversicherung rein. Ja, wenn man jetzt allerdings weitergegangen wäre und nicht nach einer Instanz Schluss gemacht hätte und zum BGH gegangen wäre, wie unser Mann das heute gemacht hat, ja, dann hätte man eben auch den Erfolg noch mit abgesahnt. Und das werden wir jetzt mit allen Verfahren, die, also mit allen Leuten, die ich bislang nicht aufgegeben habe, so tun. Wir werden weitergehen, denn der BGH sagt ja hier eine ganz klare Linie und sagt, ja, es gibt einen Schadenersatz. Ich gebe zu, ich weiß auch nicht, was es am Ende sein wird. Ob es 50 Euro sind, 500 Euro oder 1.000 Euro. Es wird irgendwo da die richtige Lösung zu finden sein. Nein, dazu hat er entsprechend jetzt nichts gesagt. Deswegen, wer jetzt sagt, ja gut, dann verkaufe ich doch nicht meinen Anspruch an Anspruch direkt, das, was ich euch vorhin hier vorgestellt habe, sondern dann mache ich es doch lieber selber. Klar, würde ich auch. Also ihr könnt es natürlich sehr gerne selber machen mit uns, empfehle ich auch jedem. Aber wer keine Rechtsschutzversicherung hat, dem muss ich einfach ganz klar sagen, es bleibt natürlich ein gewisses Restrisiko. Auch da, ich führe die Verfahren mit euch auch ohne Rechtsschutzversicherung, könnt ihr gerne machen, aber es ist immer noch ein Restrisiko da, dass man dann weniger kriegt, als wir aktuell uns versprechen. Ich sehe, dass wir sehr viele gute Vorzeichen haben, gerade nach dem heutigen Tage. Die genaue Summe kann ich hier keinem versprechen, das muss ich ganz deutlich nochmal sagen. Und eine Sache möchte ich auch noch erwähnen. Es gab noch andere Sachen, es gab einen Unterlassungsanspruch, den wir noch geltend gemacht haben, da hat der Bundesgerichtshof gesagt, den kriegen wir zum Teil. Da gibt es also auch ein Element, was wir nicht kriegen werden, weil er sagt, das ist dann ein bisschen zu unkonkret. Da muss klar sein, was Facebook unterlassen soll. Ein anderer Teil ist konkret genug, hat er gesagt. Und dann ist noch so umstritten, kann man überhaupt aus deutschem Recht Unterlassungsansprüche geltend machen, wenn die in der DSGVO so nicht vorgesehen sind. Wird er sich jetzt auch noch zu äußern, eventuell kann man die aber aus dem Nutzungsvertrag geltend machen mit Meta, hat er auch gesagt, wird es auch eine Tendenz zu geben. Und was super spannend ist, wir sind darüber hinaus die erste Leitentscheidung in Deutschland geworden. Was ist eine Leitentscheidung? Am 31.10.2024, also noch gar nicht so lange her, ist ein neues Gesetz in Kraft getreten, dass man Leitentscheidungen vom BGH treffen kann. Und genau an dem gleichen Tag kriege ich einen Fax vom BGH und hat mir diesen Beschluss hier gefaxt, beziehungsweise unseren BGH-Anwalt. Ja, es ist so, dass wir selber nicht beim BGH, ich war zwar da mit unserem BGH-Anwalt, ihr wisst, es gibt nur roundabout 40 Anwälte, die beim BGH aber dafür nirgendwo anders auftreten dürfen und unser BGH-Anwalt hat mir das dann geschickt. Das Gesetz ist am 31.10.2024 in Kraft getreten und dann kriege ich hier in unserem Verfahren dieses Schreiben und er sagt, der BGH, habe ich euch auch unten verlinkt, ja, hier will ja jemand einen Schadenersatz haben und wir wissen, dass Tausende dieser Verfahren schon bei den deutschen Gerichten hängen und es muss ja jetzt endlich mal entschieden werden, wie hier die Rechtslage ist, ja, damit nicht alle Gerichte in Deutschland unterschiedlich entscheiden, kann ich nur sagen, absolut richtig und deswegen hat er folgende Rechtsfragen, die er uns noch mit klären will. Ich hoffe, dass das auch so kommen wird, dass er das jetzt auch entsprechend mit klärt. Ist hier ein Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung gegeben, hat er heute gesagt. Ja, für ihn sehr sicher, das wird er jetzt auch reinschreiben, was Facebook da gemacht hat, ist ein DSGVO-Verstoß. Muss ich sagen, haben aber fast alle Gerichte sowieso so gesehen. Das ist nicht die große Hürde, hat auch die irische Datenschutzaufsichtsbehörde gesehen, so gesehen und Metern, 100 Millionen Schaden aufgebrummt. Dann ist der bloße Verlust über die Kontrolle schon ein Schaden. Ja, wird er sagen. Dann ist spannend, der zweite Satz. Falls ja, wie wäre der Ersatz für so einen Schaden zu bemessen? Hat er sich heute nicht aus dem Fenster gelegt, hat er noch nichts zu gesagt. Ich hoffe, es steht im Urteil eine Tendenz mit drin oder in der Leitentscheidung. Welche Anforderungen sind daran zu stellen, dass man den Schadensatz, an die Substantierung der Schadensersatzklage, hat er was gesagt. Kontrollverlust muss man natürlich darlegen. Wenn der Kontrollverlust da ist, dann ist das in Ordnung. Und zu Ängsten und Sorgen hat er auch gesagt, ja, wenn man Ängste und Sorge hat, dann muss man die Latte nicht allzu hoch hängen. Der muss kein psychologisches Gutachten bringen. Auch das war so irre. Also wirklich, ich war ja mit euch, mit vielen von euch bei Gericht. Und dann haben die uns gesagt, ja und, also auch die Gegenseite kam dann so, na, wo ist denn Ihr Gutachten von Ihrem Psychologen? Ja, das war wie Provokation. Und dann haben wir gesagt, was heißt Ihr Psychologengutachten? Wenn jemand Ängste und Sorgen hat, ist doch klar, wenn die Daten im Netz sind. Und dann muss ich sagen, der Vorsitzende Richter heute sagte wortwörtlich, also ganz ehrlich, ich möchte auch nicht, dass meine Handynummer im Internet rumschwirrt. Da wäre ich auch sauer. Das hat er so wörtwörtlich gesagt und das zeigt ja schon einiges und spricht einfach Bände. Was hat die Leitentscheidung hier noch? Er sagt dann noch hier, reicht die bloße Möglichkeit des Eintritts künftiger Schäden in einem Fall wie dem vorliegenden aus, um ein Feststellungsinteresse zu begründen. Da hat er schon gesagt, ja, auch das, also auch D, werden wir nach dem, was in der mündlichen Verhandlung heute gesagt worden ist, Recht bekommen. Genügen die vom Kläger gestellten Anträge, dass die Beklagten es unterlasse? Da werden wir für den ersten Teil kein Recht bekommen, also personenbezogene Datenerklärerseite, unbefugten Dritten. Das ist eine Formulierungsfrage. Und für den zweiten Teil werden wir wohl Recht bekommen. So hörte sich das jedenfalls an. Ja, also erster Teil des Unterlassungsanspruchs nicht. Zweiter Teil schon. Also es ist eher was für die Juristen hier unter euch. Können Sie das mal reinziehen. Ich habe ja den, das Ganze hier verlinkt. Und das ist einfach nur das, was in der mündlichen Verhandlung heute rauskam. So, und dann sagt er nach unten, ja, es gibt eine Vielzahl an Verfahren. Es wird über 6.000 gerade geben, kann ich mir vorstellen. Ich meine, wir haben schon allein 4.000 an den Gerichten. Und deswegen dürfen wir hier so eine Leitentscheidung treffen. Das war nur so, in den Dieselverfahren gab es viele BGH-Verfahren, sodass der einen extra Hilfssenat damals eingerichtet hatte, weil er gesagt hat, boah, wir kommen ja gar nicht mehr klar mit den ganzen BGH-Verfahren, die wir hier haben. Und ja, dann haben die allerdings immer entweder die Klägerseite oder Beklagtenseite ganz kurz vorher die Klage zurückgenommen oder einen Vergleich geschlossen, sodass er nie entscheiden konnte. Und das fand er irgendwie doof, weil er sagte, wir müssen jetzt mal endlich entscheiden, weil keine Seite wollte eigentlich ein Urteil. Und ihr wisst auch, es gab erst zwei Facebook-Verfahren, die dann nicht zustande gekommen sind, wo es eben nicht weiterging. Und jetzt hat er gesagt, jetzt wollen wir eine endliche Entscheidung treffen. Und das hat er auch getan. Und das ist ein echter Paukenschlag. Übrigens für alle Datenlecks, ja, Facebook-Datenleck, dieser Datenleck. Ihr müsst mal schauen, wovon ihr entsprechend betroffen seid. Also da muss ich sagen, bin ich froh. Was jetzt hier rausgekommen ist, ist genau das, was ich von Anfang an gesagt habe. Ich habe super eins auf den Deckel bekommen von Mandanten, von Anwaltskollegen, die immer gesagt haben, ja, toll, hast dich aus dem Fenster gelehnt und jetzt das. Jetzt kriegt er aber manchmal gar keinen Schadenersatz. Okay, das ist immer so. Dann muss man schon mal ein breites Kreuz haben und es weiter durchziehen bis zum Bundesgerichtshof eben. Und das sieht jetzt erstmal sehr, sehr gut aus. Man muss auch da wieder sagen, die mündliche Verhandlung war fast durchweg positiv. Es gilt nachher das geschriebene Wort. Ja, wir gucken dann natürlich, was er für ein Urteil uns schreibt. Aber da muss ich erstmal sagen, da falle ich vom Glauben ab, wenn das nicht positiv für euch ausgehen sollte. Also, ihr könnt euch noch anschließen, 31.12. könnte Verjährung sein. Wir haben zwar eine andere Rechtsauffassung, aber ich würde erstmal sagen, gebt jetzt Gas, schließt euch noch an. Selbst wenn ihr keine Rechtsschutzversicherung habt, könnt ihr jetzt eure Ansprüche verkaufen, ein bisschen Geld mitnehmen. Ja, und ansonsten halte ich euch wie immer auf diesem Kanal top up to date. Ihr seht, ich komme hier, bin wirklich über den ICE, durch den 11.11. am Hauptbahnhof durch, nach Hause, runter in mein Kellerchen und sofort für euch das rausgehauen, dass ihr die neuesten Infos direkt vom Bundesgerichtshof habt. Ein paar haben es noch hier schon gesehen, BGH und Facebook, wenn man das googelt, da sind die Medien schon schneller. Die haben es allerdings, muss ich sagen, nicht mal ansatzweise so, nicht so umfangreich, sage ich mal, wie ich euch das hier präsentiert habe. Aber wer da jetzt BGH Facebook sucht, sieht man hier mündliche Verhandlungen vor BGH, Stuttgarter Nachrichten, Anwalt.de, LTO, Handelsblatt. Also alle berichten gerade darüber, erste Leitentscheidung, berichtet sogar die Bundesrechtsanwaltskammer, Zeit Online und, 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 also überall und jetzt ganz aktuell auch noch das ZDF. Also überall wird berichtet, erste Leitentscheidung. Ich sage euch, wenn das Urteil da ist, dazu müsst ihr nur diesen Kanal hier abonnieren, seid ihr auch da wieder die ersten in das Urteil, werden wir als erstes bekommen. Ist ja klar, wir haben ja das Verfahren geführt. Ich danke euch für Ihre Aufmerksamkeit, bleibt gesund, liebe Leute. Ich halte euch hier auf dem Laufenden. Und vielleicht wollt ihr euch auch noch das Urteil des EuGH vom 4. Oktober mal näher reinziehen. Das habe ich hier kommentiert. Das war ja einer der großen Entscheidungen, die auch jetzt zu der heutigen BGH-Entscheidung oder heutigen BGH-Verhandlung dann geführt haben. Danke fürs Zuhören. Tschüss und bis dahin.